willkommen zu einer weiteren folge pokémon randomizer diamanten das log ok verkackt egal ihr wisst wie das heißt in der letzten folge haben wir unsere ganzen pokémon auf level 20 trainiert dabei haben sie soweit ich weiß nicht eine neue attacke gelernt nein nein sie strahl nein nein und nein das ist glücklich wir gehen jetzt weiter machen wir weiter oder trainieren noch bis 30 jahre 30 ist nicht noch was dazu sagen ne machst du nicht okay ausgaben jetzt hätten wir ein stein vom herzen warum hat es da ein stein ich weiß es war ich gar nicht so gut wie könnte ich atmen und blutzurkulation egal tschüss komisch ich kann in diesem wald mitnehmen ruhte 205 ich kann hier kein pokémon fangen oder immer lieber zweimal checken bevor man was fährt checken tut gute 205 gute 205 ja da haben wir unser schalos her ihr könnt doch du kämpfst ich freue mich wieder aufzunehmen ich habe seit einer woche nicht mehr aufgenommen seit diesem speed ding was ja so ziemlich eine stunde ging für mich ach du scheiße komisch mag ich nicht weil ich habe was gesehen wo so ein punkt nach hypnose auch richtig fett weh getan hatten das wirklich weg alter das nicht gut okay 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 so stark war das jetzt nicht vielleicht war pokémon stärker wer weiß ich glaube ich hatte dich allerdings besser als gesang seien wir ehrlich besser als singen ich muss mir jetzt wieder angewöhnen dass meine pokémon nach dem kampf nicht geheilt sind also scheiße das war eigentlich voll toll in diesem wald kann man so schön level weil die ein immer wieder heilt dass ich toll dieser wagen springt bloß halt keine pflanzen so normal nicht während der meisten edition weil sie hat dann nur ein chanera und das kann ich wirklich angreifen das ist halt ein chanera die meisten gegnerin weil sie noch physisch das chanera ist eigentlich ziemlich scheiße ein teddy usa das ist doch ich mag der die usa ich mag nur frigo mentri das sage ich weil ich in showdown letztens frigo mentri benutzt haben was voll scheiße war es war schon scheiße wieso halten alles was hätten er trifft jetzt vier mal vier mal sagen wir vier mal weiter dass das nicht schwach alter lass mich dass mich dreimal okay okay geh weg wieso jene 10 und er macht mir vier schaden mit einer kratz furie ja erst mal auf level das brauche kein bock quatsche verliere ich nicht in dieser folge ich muss mich wieder auf den nasslock einstellen das ist hilfe lass mich raten das ding hast du aus dem wald wobei die im wald glaube ich stärker war eigentlich war auch immer so der witz der fuß ruder kommt kommt ja kommen ja ich zweifel schon daran dass aquawelle erreicht weiste ich habe ein paar pokémon wickeln sich bald so bis 25 oder gut wir haben einen geist drachen vor uns shit warum im wald rei quasi davor ein lavados das so putzig geratina level 10 und ich habe richtig angst davor erst mal egelsam ich kann nicht täckeln schritt das heißt ich darf ein mega sauger auf den drachen einsetzen bitte sag mir dass du nicht diese eine geist attacke kannst schemen kraft du blöde stück kacki stinkt habe ich irgendeine attacke die ich effektiv trifft eis wäre sehr geil erstauner von rotom aber ich will mein geist nicht in ein geratina rein wechseln falls die schemen kraft als signature schon dabei ist da zu sein da wäre ziemlich unkeil ja southpark habt ihr mitbekommen dass der peter aus piet smith pilipeis stimme in southpark bekommt das finde ich richtig krass alter da kommt der neid durch wie lange nehme ich auf fünf minuten und wir haben noch nichts geschafft das bin ich terminus gray ich schaffe gar nichts dafür stehe ich mit meinem namen wieso muss irgendwie ein geratina auf den hals schicken ich wechsel raus ich wechsel raus und nicht auf rotom das haben wir also geklärt die unheil bin geraff aniges psycho aber auch normal sich normal hätte ich nie gedacht dass das eine geile kombination ist aber die einzige normal schwäche hat es nicht und es gleicht ein paar schwächen und es gleicht die geist schwäche aus sei ich ziemlich geil und natürlich geht da nicht auf die unheilung wäre ja auch so einfach jetzt habe ich die freie wahl ob ich dich mit normalen attacken oder kampf attacken angreifen die beide nicht wirken ich gehe auf psycho ich weiß nicht warum aber ich mach's mal ich könnte auch schnüffel und stampfe aber aber dass sie das schützt viel ja als maul was angelt der was ist das für ein teich das sind angler gegen den wir kämpfen porenka gibt noch sind da hat das eine ente geworfen aber dann hätte die ursa drin da waren vampiro drin da waren geratina drin so der flug attacken sich effektiv der normale treffen nicht flug geist das ist auch in der values geister scheiße das roten geh weg aber nur level 10 geratina der mit 10 halte ich noch aus das halte ich noch aus dabei als deoxys level 12 stärker der ersten arena schlimme erinnerung wieso muss der kampf so lang sein ich wollte eigentlich was schaffen du man da kommt quatsch schicke ich nicht noch mal rein zwei feuerstarter und geratina ich sag mal der trainer ist gar nicht so schlecht obwohl der angler ist ist ja gar nicht so schlecht das eigentlich der schlimmste kampf normal hat er glaube ich nur kappadol level 10 die natürlich kein teckel können die können gar nichts außer platzscher im randomizer kicker plötzlich pokémon die was können aber der kratzer wird mir auch nicht so viel weh tun die blut außerdem ist es kaputt das war von der seite totes glomander ist kein knacksel kein kaputt was es auch total gab es muss ein knackrack sein du bist gift ich schicke dich nicht in dieses boden prachtig ganz ehrlich dieser trainer hat mit seinen punkt potenzial hau das teddy usa weg hau das porrenta weg und du hast echt hart viecher das knackrack hat sich ziemlich schnell entwickelt geh weg das ist so schön diese animation hoja ich wollte schon sagen wenn das sich das überlebt dann habe ich irgendwas nicht mitbekommen lalalala ich wäre fast gestorben lala war ja nur ein geratina ich weiß es blöd das paralysiert hier vorzuschicken aber ich habe angst dass jetzt bei meinem glück ein wie ich kommt mit dem namen wollen genau das wäre richtig geil das wird auf jeden fall ist mein punkt töten aber der egelsamen damit kann das nicht umgehen du bist doch ein stück code egal flug normal fight with my rot im wald gabst du drei warum hast du dort das hättest du gerne das hättest du gerne wann ist der nächste rivalenkampf nach der zweiten arena bitte wir werden noch nach der arena sehr viel scheiße zu tun haben das ist lustig wir kriegen aber ein ei wir kriegen ein ei wir kriegen ein pokémon ei also das nehme ich mit ich werde ein pokémon dafür rausschmeißen also nicht ich werde das auf die bachschläger sich toll oder war das essen platin so ich bin jetzt maximal verwirrt das sehen wir nach der arena wie schaffe ich die denn die hatte ein richtig starkes roserade wenn das jetzt ein richtig starkes irgendwas starkes wird dann habe ich ein problem wie lange hatte es die animation einfach mal aufzureicht schlammer betrifft nicht es ist keine elektronik oh ja da gehen wir kaum ein bisschen die kaka ich bin unkonzentriert schade los entwickelt sich dass mir sowas nicht noch mal passieren kann so eine situation später wenn ich mich ja wirklich dann attacken können dann bin ich am arsch ja log ist ganz gay der hatte nicht so starke pokémon auch nicht unbedingt scheiße aber nicht so stark die nehme ich mit das wäre die brauche ich mir gesagt nicht aber die anderen bei werden interessen die beiden werden interessant mein gott ich kann nicht sprechen diese wurde gepflegt wir haben jetzt echt diese brücke überquert in diesem part wir haben die sechs brücke überquert und ich würde sagen ich mache die parts ab jetzt immer so zehn bis 15 minuten dass ich nicht überziehen kann also nach der zehn minuten welche langsam aufhören so wie jetzt heißt euch diese folge gefallen hat auch bitte positiv werden kommentieren abonnieren wir sehen uns in der nächsten folge wo wir ja genau kommen ja das raus bis dahin tschüss